Es kann auch vorkommen, dass wir zwischendurch einfach mal einen Battleground machen, aber das ist eher die Ausnahme, weil meistens gehen die nicht auf. Kann passieren, aber hey, wieso gehen die nicht auf? Selten gehen die auf. Ich glaube, sobald ihr eine Quest mit mir machen wollt, dann spiele ich nie wieder WoW oder was. Ne, wir haben, glaube ich, die letzten drei Jahre keine Quest mehr gemacht, Daniel. Keine Angst. Wir questen erst, doch, wir questen aber erst ab Mob. Erst ab dem Zeitpunkt, wo man questen kann, schneller geht halt. Ja, da muss man questen. Also ich bin Hehl, also ich müsste nicht den Hehl oder sowas kommen. Oh, das ist ja nice. Aber wieso können Pandaren keine Druiden sein? Junge, du kannst eh kein Panda spielen, dann müsstest du bis Level 20 oder so ohne mich spielen. Oh Gott, das würde ja so lange dauern, deshalb hat er gesagt, das dauert bei den zwei Stunden. Ja, okay. Oh Mann, wie nenne ich den jetzt, Henrik? Ich weiß noch nicht, mach ich einen Tauren? Dann bist du PvP wieder im Ahnen. Ja, der ist so riesig und... Ja, und nicht nur das, sondern die Fähigkeit ist auch für den Arsch. Ja, das stimmt. Dann kann ich nur einen Troll machen. Wir sollten echt mal mehr auswählen Möglichkeiten für den Kaktoiden machen. Du könntest sogar eigentlich, also taure die Fähigkeit, wenn dir die Volksfähigkeit egal ist, machen Tauren. Weil du bist eh nie in deiner eigentlichen Rassenform. Wieso, ich als Heiler doch, oder nicht? Du bist doch kein Baum mehr als Heiler, oder bin ich bescheuert? Du bist immer mal wieder Baum. Ja, immer mal! Dann kann ich aber auch einfach Dings hier machen, die haben bessere Heil-Animationen. Nein! Was? Jetzt muss ich wieder alles gleich nochmal neu erstellen, weil... Ich konnte nicht meinen Typen erstellen, weil... Voll? Die maximale Anzahl an Charaktern auf diesem Menge. Ich hab extra eingelöscht. Und wo ich die auf jeden Server... Ich geh so auf den einen Server-Level... ...dreißiger möchte ich nicht löschen. Alle Gesichter sind ultra-hässig. Was soll das eine? Da sag ich, okay. Alle anderen... Ich wollte auf Blackrock gehen und kurz was töten. Äh, kurz was die Anta löschen, halt töten. Und da ist Warteschlange. Ja, musst du warten, dass du löschen kannst. Ja, jetzt lockt er die Anta. Ja, ich... Ich lass mal rum. Oh, viel Spaß. Irgendwie starten wir irgendwie neu. Hier geht's hinten in den Kack, ne? Oh nein, jetzt kommt der schwerste der wilden Namen. Sie finden was nicht. Äh... Äh... Obwohl, wenn das geht, das passt zwar nicht. Aber ist mir egal. Mein Name ist durchverfügbar. Oh, krass. Warum nicht? Wirst du grad wieder so'n Schemail machen, oder? Nein, wieso? Machen wir's einfach mitm H. Na ja, das geht. Ready to rock! Und du wolltest bei dir den Tauchen questen, oder was? Ja, ich... Weiß nicht. Ich find schon, oder nicht? Ich find die Tauchen mag ich. Und da haben wir ewig nicht mehr gequestet. Na, machen. Machen wir am Anfang die ersten zwei, drei Quests, bis man Level 3 ist, oder so, oder nicht? Ja, bis Level 3, oder so. Bist jetzt ein Troll, oder nicht, oder? Ja. Ich glaube, wir hatten eine O.G. und Tucka dann mit dem Zebelin rüber. Im Loading-Screen braucht ewig. Mooooove! Oh Junge, sag mal nen Namen, Hendrik. Herbert. Du hast ja grad eh das denn eingefunden. Heißt du jetzt Herbert, oder was? Nein. Ich hab mir nen Namen von Buchreihe genommen, wo ich grad lehne. Herbert. Kein mächtiger. Weißt du, männlich? Ja. Warosch. Warosch. Garosch. Warosch. Nicht Garosch. Ja gut, das ist... Die nennen mich doch nicht Garosch. Nee, Warosch. Das ist auch aus dem Buch. Aber Harwald willst du bestimmt auch nicht. Harald? Harwald! Harald und Garosch. Die besten Namen ever, Hendrik. Ah, fick dich. Wir haben einen coolen Wendlichen Namen fällt mir gar nicht ein. Er Profile, wo bist du da? Ja. Ja, das geht. Ja. 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 Ich hab mein Profil gelöscht. Ja. 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 Ach, keine Ahnung. Hier wird irgendwas bestätigt und nicht drauf geachtet, was ich da gedacht hab. Wer ihr sein wird. Äh. Ja, Mann. Lass uns ein paar Tiki Zielschädel knacken. Ja, Mann. Oh Gott, jetzt dieser riesen Button Shop. Verzauberter Feen dritt 20 Euro. Haustier. Zehn Euro. Hei Tier. Nein, ich seh dich dann später, Mann. Oh mein Gott. Wie du spielen. Oh mein Gott. Wie du spielen. Ja. Wenn ich nicht bei gesnackt bei dritten Mannen. Ist... owed. Eags... ... ... ... ... Rose.... Wie heisst du denn jetzt? Ich habe noch keinen Ahnung. Gut, ich bin schon mal auf dem Weg. Ich glaube, die Paste halt irgendwas von Antonin ist. Die heißen Alexerte. Da hast du schon. Alter, fall doch um. Ey, diese Tiki-Dinge jetzt fallen nicht. Ah, geht's. Oh nein! Du musst einloggen, um mich in der Guilden-Seite nennen. Das krieg ich alles so. Das nehme ich an der Welbe. Ich schreibe mir jetzt an mit die Kappe. Da wollte ich auch keine Mana mehr. Das ist zuhörig. Alter, hier ist kein Name verfügbar auf diesen Drecks-Pimitz. Wo ist das mit dem Scheiß-Gildeneinladung-Blocken? Anzeige, Aktionsleisten, Kontakte bestimmen. Schimpfwort, Wilder, Sprechblasen, Gilden, Mitglieder, Alarm, Nehren. Aktionsleisten, Nehren. Oha! Ja, das geht so auf die Eier. Das Blizzard da nicht gegen was macht, könnte mich echt ankotzen. Ja, kannst du sonst eins kurz mich einladen? Junge, da muss ich den Charakter nochmal stillen. Ja, wow, du hast deine drei Einstellmöglichkeiten, die du dann ausnehmen. Junge, flieg doch einfach an uns. Nimm es nie ab, lehne es nie ab. Und lass die Kaka-Anfrage dafür schweben. Das nervt, weil jeder heißt Google. Ich baue mir gleich ein Makro, was antwortet mit Fick-Di, 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 Fick-Di. Dann spamm ich dann nur noch. Kann man nicht irgendwie auch... Ja, ich mache jetzt ein DND, DND als Maul, du Affe mit deiner Gammel-Gilbe. Die ist schon gleich so gebannt. Ja, genau. Wer ihr seid, wenn? Wer soll ich dafür? Felde, Winter, Mähnen. Alter, ganz so. Hot and dirty, ey. Ich schieße voll die Laserstrahlen, Mann. Was ist denn das hier? Zorn. Zorn war doch mal grün. Warum ist das jetzt gelb? Laserstrahlen. Wovor redest du? Ja, der Druide. Zorn? Zorn ist jetzt ein Laserstrahl, Jari. Ja, früher war der grün. Jetzt ist das so ein gelber Laserstrahl. Oh Gott, ich glaube, ich habe endlich einen Namen, ja. Wie heißt du? Taboralin. Taboralin, der Große. Ja. Oh, der Name ist gar nicht so blöd. Ja, ne? Der ist gut eigentlich. Aber ich habe ihn sogar richtig geschrieben. Ich habe, weil ich weiß nicht mehr, wie man da geschrieben hat. Ich habe einfach einen H drin gehängt, jetzt geht's. Boarlin, the great. Wenn ich das eingebe, bekommt das sogar. Ja, Mann. Das ist richtig. The ladies are on the center's face of all forsaken. So forsaken. Get a new set up. So macht man das. Man joint einfach der Gilder und leave dann, wenn man den beide nennt. Das hätte ich auch machen können. Scheiße, da hätte ich den Gilder-Stats zuspammen müssen. Affen-Gilder, Affen-Gilder. Also, wenn ich gleich mal in der A einlebt, mache ich das. Jetzt brauche ich nur ein Makro. Warte mal. Mal gucken, langes Tower hat. Wenn ich gekickt werde aus der Gilde, möchte ich den ganzen Gilder-Stats zu spammen. Äh, grüffel, grüffel. Okay. Makro-Befehl, G. Hallo. Freunde. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Das lege ich mir jetzt auf Taste 2. Und jetzt färbe ich den Gilder-Stats. Das will nicht. Ich kann nicht in der Gilde reden, oder was? Oh, da. Ich bin nicht zu blöd, das Makro. Achso. Ich hab das Gif vergessen. Aber dann geht gleich los. Jetzt geht's los. Hey, dieser, dieser bisher Downloader ist so kacke. Ich limitiere ihn mit dem dritten Programm, dass er nicht so viel downloaden darf. Und er tut's raus. Oh, ihr seid in keiner Gilde. Er hat mich rausgeworfen. Das ging aber schnell. Der Nächste, der mich einlädt, kriegt auch wieder. Irgendwann komm ich in die Gilde, wo nur einer on the stand walten kann, aber nicht kriegen kann. Das muss ich hier machen. Na. Oh, ich wollte schon sagen, der Nächste Gilde nennt man. Gefangenenspieler, bla 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 getötet. Was ist denn das hier? Ich muss mir jetzt erstmal auch noch... Oh, dieser Shop-Button, ey. What the fuck? Ich muss mit deinem Gefängnis aufsehen. Ah, der ist das. Was ihr wollen? Ja, der Shop-Button. Sieht sehr nach Free-To-Play aus. Was? Oh, wie rot und groß. Ja? Ne, ich glaub, der hat einfach noch keinen Skin bei mir, weil ich den Elfoi updaten musste. Ja, stimmt, das kann auch sein, aber trotzdem. Mich einfach die Gefangenen töten. Oh, Refresh legt mich ein B3-Tritt. Hallo, Freunde. Hallo, Mann. Ich muss gleich erstmal gucken, ob ich hier Waffen und sowas schüttelte. Noch wurde ich nicht gekickt. Wie viele Leute sind denn hier on? Ah, das sind nur drei Leute. Das ist ja ein bisschen wenig. Ich glaube, ich muss sogar Fury spielen. Warum? Aber ich glaube, ich hab kein goldenes Zweihandschild. Äh, Fury ist doch gar nicht so schlecht, oder? Oh, nein. Aber die kicken mich nicht. Aber das geht gut eigentlich. Äh... Übt Mondfeuer, ja. Das krieg ich vielleicht noch hin. Ja, ich hab mir die Gold-Items jetzt gar nicht geschickt bei meinen drei Anfangsquests. Ich schick sie mir jetzt gleich, wenn ich am Briefkasten her. Ich mach grad die ersten zwei und dann schick ich zum Briefkasten. Sobald ich beim Briefkasten bin. Der ist ja hier bei den anderen, der zuvor. Nee, ist auch hier direkt vor meinem Gesicht. Ich glaube, ich mach das damals schnell. Ich weiß aber nicht, warum meine Gold-Items sind. Ja, das dauert bei mir jetzt auch gleich nochmal fünf bis zehn Minuten. Ja, das dauert bei mir jetzt auch gleich nochmal fünf bis zehn Minuten. Hallo, Freunde. Wollt ihr nicht mit mir spielen? Das ist auch, es ist immer noch fehlt. Einfach das Scheiß. Es kommt ja mit dem nächsten Endung. Ja, es kommt dieser Kleider-Gold-Kack-Döns. Hm. Oh, da. Ich hab ganz viele auf meinem Parler liegen. Das Stoffzeug. Ich hab glaube ich keine... Oh, ich hab Droiden, aber bestimmt nicht das Plattezeug, das Plattezeug ist. Keine Ahnung. Ich kann doch auf Parler wechseln mit... Was ist der hier, 60? Nur auf Druid-Level, äh, wechseln mit Level 60 oder was auch immer denn ist. Nö. Und mit 23 können die auch den Magier wechseln. Hahaha. Mit die fast alle die fünf Level können die nicht wechseln. Äh, wenn... ... eine schlechte Überlegung ist dann nicht so. Aber die ist echt cool. Mal gucken, wenn der Druid mir gefällt, weil ich bin nur mit Druid und bis jetzt noch nie. Äh... Zu. 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 Parler ist auch okay. Wichtiges gegen. Wichtiges gegen. Finde ich aber auch. Äh... Äh... Ich hab Parler. Oh Gott. Wieso hab ich jetzt so rechts? Ich hab Parler. Du hast auch ein Parler. Ach du hast auch ein Parler. Das stimmt. Das wär ja ein bisschen blöd. Wir sind mit Doppelparler. Aber ich kann Parler damit. Aber ich könnte dann auf... Ich könnte dann auf 53 auf Schamil weg. Ja gut, meiner ist ja erst 63. Ich... Äh... Was wollte ich nochmal? Achso. Du stehst ja sogar hier neben mir mit deinem... ...Droiden. Ja, das sind auch Char's, die gelevelt haben zusammen. Ja. Siehst du mal. Das soll weg. Das... Fehlt mir immer noch eine ganz andere... Ich hab glaub ich genau... Ja, Jopal hat genau das Zeug. Ich hab nur glaub ich... keinen Stab. Ich hab bestimmt auch einen Stab. Glaub ich auch einen Magier oder so. Scheiße. Mein DK hängt hier zu Grube. Zu Grube. Schöcher. Dann taust gut. Nuckig. Meine Blutelfe ist nuckig. Äh... Stab... Magier. Kann man sich ja unendlich viele Gold-Items rausnehmen, wenn man dieses Menü hat? Also wenn ich einmal den Stab freigeschalte, kann ich auch mehr acht Magier machen und ich glieder an den Stab. Ich glaub ja. Also das ist... Ich weiß es nicht, weil das haben sie ja nie nirgendwo gezeigt. Aber eigentlich müsste es so sein, oder nicht? Ich weiß nicht. Weil... Wen interessiert denn das? Wenn du das Gold-Item, ob du's hier jetzt schickst oder ob du's schon hast, das... Wer soll denn da meckern? Ja. Wie geht das eigentlich jetzt an andere Leute auf anderen Menü zu schicken? Muss ich denn da vorschreiben? Antoni das? Ich habe... Keine Ahnung. Oh, ich schätze ja. Ich könnte echt ein Problem haben gerade, ne? Wieso? Könnte sein, dass ich gar keine Schultern und gar keine Brust dafür platte. Hast du kein Lederzeug oder so? Ja, Lederzeug habe ich. Das ist so, müsste ich Leder tragen halt. Wen interessiert's? Mich? Dann wirst du farmen müssen. Hm? Dann wirst du farmen müssen. Mein Druider trägt... Mein Druider. Mein Druider, der trägt Stoff. Es ist ja nicht Platte am Anfang. Es ist ja erst Kette und wird so Platte, oder? Ja. Was, was, was? Es ist ja Kette und wird Platte. Hm. Die Dunkelschwere geben nicht. Ich glaube, das habe ich irgendwie alles nicht. Die Schultern nicht, nichts. Du müsstest einen auf Leder-Krieger machen. Ja, ich glaube, ich laufe jetzt mal weiter. Ich bin jetzt schon Level Start. Oh, der nächste. Level 22 Gilde beitritt. Hallo, Freunde. Wie viele Leute sind da online? Oh, da sind schon ein paar online. 15 Stück. 15 Stück. So. Hallo. Hahaha. Äh. Ach, ich laufe verkehrt. Hallo, Igno. Ja, bitte. Hahaha. Ja, ich warte drauf, dass die mich kicken. Quitt dich halt selber. Ich finde ja nicht mal Einhandschwerter. Wo sind die ganzen Scheiße? Boah, bist du gerade? Dann lad mich bitte mal ein. Wenn du gerade schon Gilde, glaube ich, bist. Ah, kann ich gleich. Ach, wie schwimmt denn der komische? Ist das nicht so? So. Ah, gut. Einhandschwerter habe ich. Ach doch, Einhand-MS. Hab ich damals gehört, das Hammer overpowered tool. Pft. Wie heißt dein Wichskrüppel? Zukora. Z-U-K-O-H-R-A. Nice. Hallo? Leute, ich kann nicht reden. Hahaha. So macht man das, wenn mich in der richtigen geht. Hahaha. Oh. Ja, du kleiner Knott. Ja, ja, ist ja jetzt so gut hier. Ja, du Joppen. Schicken müsste ich dir ja schon over. Ich glaube das nicht einmal Anti-Lasing an, oder? Doch. Schattenqualität. Ultra. Alles auf Ultra. Best Grafik. Oh Mann, ey. Ja, wo kriege ich denn jetzt Brust und Hose hier? Weiß ich nicht. Ja, Brust und Schultern. Orgrom-Mann, ne? Nur an Orgrom-Mann, ne? Ja. Kannst du vielleicht auch für PvP kommen, keiner? Vielleicht hast du ja noch PvP-Punkte. Hast du halt die mit Abhärtung, dann weißt du ja auch wo's. Ja. Ich glaube ich hab auch das PvP-Zeug teilweise an, oder? Doch, ja. Weil mich ärgert ja nicht nur, das Doofe ist ja dann, dann hätte ich nämlich Lederkram da als Beweglichkeit drauf. Das bringt irgendwie gar nichts. Ich kann direkt nach Mulgur geflattern, das ist ja geil. Dorf der Blutrufe. Go, go, go! Das ist Trader 9. Das ist High Aluminum. Ja, genau. Schöner Lästung. Wo bist du? Leather, Leather. Ey, das kostet 2.975€, ne? Ja, ist relativ teuer. Aber hattest du, hattest du, guck mal auf Antoni das. Welcher, wo, wo hatte ich denn den Schar der PvP, äh, der High Aluminum hat das mit Platte? Aber gut, Stimmplatte habe ich glaube ich auch nicht. Ja. 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 Ja.